Sei Teil dieses Teams, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. ABC Deutschland sagt Danke! Guten Tag, hier ist die Praxis Dr. Weber. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag, hier spricht Bent Stein. Ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. Ich habe starke Kopfschmerzen und Fieber. Warten Sie bitte einen Moment. Lassen Sie mich nachschauen. Also, am Vormittag haben wir leider nichts mehr frei. Gibt es auch am Nachmittag? Ja, das ist kein Problem. Um 14.30 Uhr ist noch frei. Würde Ihnen das passen? Ja, das passt. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Einigen Stunden später Guten Tag, mein Name ist Bent Stein. Ich habe einen Termin um 14.30 Uhr. Guten Tag, haben Sie die Gesundheitskarte dabei? Ja, bitteschön. Ich schaue schnell nach. Ist die Anschrift noch aktuell? Ja, die Adresse stimmt noch. Ja, die Adresse stimmt noch. So, es dauert noch einen Moment. Bitte nehmen Sie Platz im Wartezehmer. Guten Tag, nehmen Sie bitte Platz. Was haben Sie denn für Beschwerden? Ich habe Husten, Schnupfen und Fieber. Seit wann sind Sie schon krank? Seit drei Tagen. Okay, ich werde Blutdruck und Temperatur messen. Okay, der Blutdruck ist ein wenig hoch. Oh, Sie haben sehr hohes Fieber. Ich muss noch ein paar Untersuchungen machen. Atmen Sie bitte tief ein. Sie haben eine ausgeprägte Infektion. Ich verschreibe Ihnen Antibiotika. Nehmen Sie morgens und abends eine Tablette. Bleiben Sie im Bett. Sie müssen sich ausruhen. Okay, werde ich machen. Brauchen Sie eine kranke Bescheinigung für den Arbeitsgeber? Ja, bitte. Wenn es nach einer Woche nicht besser wird, kommen Sie wieder her. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seid Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.